Die fahren ja auch in uns Industriegebiet. Bin ich mal gespannt, wie das dann genutzt wird mit der Zeit. Gerade wenn ich mir das dort hinten anschaue. Wenn ich mir das hier hinten anschaue. Das wird auch nicht lange halten. Würde mal Autobahnkreuze. Habe ich jetzt keine. Das sind zusätzliche Straßen. Das ist das ganz normale, wie er auch gerade ist. Guckt euch den Verkehr an. Der ist rot. Da muss man unbedingt was tun. Das muss man unbedingt was tun. So, gehen wir hier wieder runter. So, jetzt muss ich mir hier wieder das Ganze wenden. Wird nach unten. So, bin ich mal gespannt, wie ich das jetzt hier löse. Das ist wahrscheinlich ein Kreuz bauen. Ein Autobahnkreuz. Das muss ich schon mal so machen. Na, das wird gerade Tag. Das ist sehr gut. Gucken wir uns das Ganze doch mal bei Tag an. Ich muss mal auf jeden Fall ja ein bisschen aufpassen. Mal sehen, was mir das. So. Sohn 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 Das gleiche hier auch Nicht beendet Also wie hier Der Die 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 Ich bin mit dem Das ist jetzt ein Bleistift. Nee, nicht abreißen. Noch ein bisschen nach vorne ziehen. So. Nehmen. Ja, kann man so lassen. Ist ein etwas anderes Kreuz. Aber ist schon so gut für den Anfang. Wir haben ein Müllproblem. Werden wir doch hier mal Abhilfe schaffen. Das passt auch kein Zwehen. Das ist natürlich einmal quer durch die komplette Stadtdüsen. Man sieht die Straßen, die nutzen sich auch langsam ab. Deswegen hat man hier auch ein Symbol. Geländehöhen. Das ist auf jeden Fall auch neu. Aber hier, Straßeninstandsetzer. Der ist überall grau, weil hier überhaupt nichts ist. Und das findet man auch hier drunter. Und zwar hier. Straßenmeisterei. Ja. So. Ich geh mal hier raus. Seht ihr. Das Ding hat schon einen ganz großen. Einen ganz großen Umfang, wo das gebaut werden kann. Wo das hinfahren kann. Und hier sieht man auch. Wunderschön eingerichtet. Schöner Hinterhof. Und es braucht Wasser und Strom. Das braucht es in der Tat. Ne, eine Windmühle möchte ich nicht einsetzen. So ein Radiomast. Was macht denn der? Lärmbelästigung 75. Stieße dazwischen. So. Ah ja. Strom hat es jetzt auch. Und wir müssen nochmal nach dem Lärm gucken. Ja, weil es eher noch Straße ist. Genau. Die Polizei mit dem Polizei. Das war Feuerwehr. Das ist Polizei. Das sind einige Gebäude, die unbedingt von der Polizei profitieren. Hm. Dann bauen wir doch hier. Was ist das? Eine Polizeiwache. Haben da eine. Bauen wir doch einfach hier hinten noch eine hin. Was ist das? Kohlekraftwerk. Wärst du da mal mit sauberer Energie. Saubere Energie. Oh. Da habe ich ja. Das ist ein Fehler. Warte. Schnell. Ja, Hilfe. Straße. Nach unten. Boop. Hm. Uh-huh. Uh-huh. Uh. Okay, jetzt fahren die ja wieder raus, ne. Alles gut geregelt. Und die nächsten, die kommen, die müssten jetzt eigentlich hier so reinfahren. Hm. Müssen wir hier wirklich noch den U-Turn wegmachen? Ach so, wartet mal. Meine Kollegen. so genau jetzt ist es klappen ja jetzt klappt es jetzt klappt das das war die wieder alle hier lang das ist der kürzeste Weg das ist der kürzeste Weg jetzt haben sie es verstanden jetzt haben sie es verstanden wir sind die Windmühlen können hier so am Wasser so ein Gebiet machen was sehr hoch Lärm belastet ist die Lärmbelästigung hier ist ja enorm wenn die ganzen Winderzeugungsmitteln auf dem auf der Uferseite das ist ja praktisch sehr praktisch sogar sehr ins okay es wird mir schon wieder angezeigt wir brauchen mehr Wohngebiete guck mal die suchen Arbeiter aber die bauen hier nichts ihr habt doch Wasser ihr habt Strom alles da wir brauchen doch nur wir anfangen mit bauen bin ich mal gespannt wenn die hier anfangen hier ist Stau es staut sich immer mehr und das heißt Ampel aus da staut sich das nicht so viel der Kreisverkehr wird gut genutzt lik Atmos